Winterbach, Brand an Ofenanlage. Aus einem Aluminiumofen einer Firma in der Lederstraße trat am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr flüssiges Aluminium aus und entzündete ein neben dem Ofen befindliches Ölbehältnis. Die Freiwillige Feuerwehr Winterbach kam mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. An der Ofenanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.